Hi, Babo! Was ist das? Ja, der Lehrer hat mich heimgeschickt und hat mein Handy weggenommen. Was ist das Telefon? Ja, der hat es mir einfach weggenommen. Das ist die richtige RAL-Schule. Ja, sie sind richtig, in der RAL-Schule. Das ist Mujanitsch. Acham Mujanitsch. Sluschei, Achmed. Also nicht Achmed, sondern Achim. Mir egal. Achmed, Achim gleiche. Sluschei, Maimone. Warum du hast meine Tochter Poslo Kutsch? Also ich musste ihre Tochter nach Hause schicken, da ich sie mehrmals ermahnt habe, nicht mit dem Handy zu spielen. Wo diese Andi? Also das heißt Handy und nicht Andi. Ja, Andi, Handy, gleiche. Wo diese? Also das Handy bleibt erstmal bei mir. Tu diese Handy, das ist der Rodeo hier. Ich habe sie leider akustisch nicht verstanden. Was nichts verstehen. Tu bringen Andi meine Straße. Bleiben Sie doch einfach mal ruhig. Wenn ich zu dir komme, ich habe die Brasche am Sube. Also sie müssen ja nicht gleich schreien. Ich schreie nicht. Ja, ich komme morgen vorbei und bringe das Handy mit. Wenn morgen nichts bringen, ich komme hier. Und Herr Mujanitsch. Bitte reden Sie nochmal mit Ihrer Tochter, dass es so nicht weitergeht. Ich spreche mit meiner Cosa. Ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich habe keine Mobilität, Sie haben Sie mehr. Und du gehst da? Und du gehst da? Euer Sob.